Mein Name ist Seum und ich bin beim New Spirit Forum dabei, weil ich es liebe, die Menschen an das Gute zu erinnern. Weil ich daran glaube, dass wir in Ko-Kreation und Verbundenheit Grandioses erschaffen können. Und weil ich es liebe, jeden Einzelnen an ihr und sein Potenzial in dieser Welt zu erinnern. Im Zeichen des Guten.